Also ich glaube, die meisten sind Nazis geworden, weil du dann mehr Macht hattest. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Podcast-Reihe Baseballschlägerjahre in Schwedt. Diese Folge trägt den Titel Schatten der Vergangenheit, die Beweggründe rechtsextremer Gewalttäter in den Baseballschlägerjahren. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, um mit uns in diese wichtige Thematik einzutauchen. In den 90er Jahren erlebte Deutschland eine Zeit des Umbruchs und der gesellschaftlichen Veränderung. Inmitten dieser turbulenten Ära traten rechtsextreme Gewalttäter verstärkt in Erscheinung. Doch was trieb diese Täter an? Welche Motive und Hintergründe führten zu ihren verabscheuungswürdigen Taten? In unserem Podcast tauchen wir tief in die Geschichte ein, um die Beweggründe dieser Gewalttäter zu beleuchten und einen Einblick in eine dunkle Periode der deutschen Geschichte zu gewinnen. Wir haben mit Sascha Kunkel gesprochen. Er ist ein Zeitzeuge und hat die Situation persönlich miterlebt und auch ein anderes Bildnis von der Entwicklung in dieser Zeit gebildet. Er beteiligte sich beim Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt. Zudem ist er Mitglied bei der AG Stolpersteine, die sich zur Aufgabe gemacht hat, an die deportierten Juden im Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Sascha Kunkel engagiert sich auch bei der AG Behindertensport im Wassersportzentrum. Auch politisch ist Sascha Kunkel nicht gerade unbekannt, der er Mitglied bei die Partei ist. Meine ganz persönliche Meinung oder der Schluss, zu dem ich irgendwann mal gekommen ist, dass Menschen oder viele Menschen, die brauchen ein Feindbild. Die brauchen immer, um sich positiv zu sagen, jemanden, an dem sie reiben können. Wenn man ganz nett sagt, jemanden, mit dem man sich mal neckt, dann läuft es aber positiv ab. Viele Menschen brauchen wirklich ein Feindbild. Wenn man so die Welt betrachtet, ist es immer alles so Feindbildern aufgebaut. Es gibt immer irgendwie einen Gegner. Irgendwie so. Und dieses Denken ist bei denen, bei Rechten, ziemlich vorherrschend. Also da ist immer irgendein Gegner, irgendein anderer. Ich bin zum Beispiel so, also für mich sind alle Menschen Freude, haben alle eine andere Meinung, aber ich kann doch mit jedem darüber reden. Bei Rechten ist das eher nicht so. Die wollen dann halt immer eine Mauer aufbauen. Und diese Mauer, die müssen die auch irgendwie begründen. Und deswegen bauen die, ich sage mal, Ressentiments Vorurteile auf. Oder die weisen anderen irgendwelche Eigenschaften zu, die sie halt ablehnen. Da geht es los mit Religion, mit Hautfarbe, mit Sexualität, mit irgendwelchen Sachen. Bei Nazis war es ja damals zum Beispiel bis 1945 der rosa Winkel. Also wenn du homosexuell warst, musstest du dir einen rosa Winkel tragen, wenn du im KZ warst. Oder wenn du religiös warst, Jude war dann wahrscheinlich das Krasseste, aber auch Zeugen Jehovas und andere, die wurden dann auch gebranntmarkt und ins KZ gesteckt. Und diese Feindbild-Ideologie, die existiert bis heute. Und aufgrund dieses Feindbildes fühlen die Gewalt aus. Warum es wiederum da denn zu Gewalt führt und nicht einfach nur zur Ablehnung und Ausgrenzung. Also ich kann ja jemanden, den ich, ich sage mal jetzt, du bist blond und ich mag dich nicht, weil du blond bist, im Ruhr geht auch einfach nur nicht mit dir reden. Oder dich ausgrenzen, dich ignorieren. Machen die aber nicht. Die müssen die Gewalt ausüben. Warum dazu ist, ist eine gute Frage. Wir haben des Weiteren mit Mike Bischoff gesprochen. Er ist ebenfalls ein Zeitzeuge und hat die Situation persönlich miterlebt. Mike Bischoff ist seit 1995 ein Mitglied der SPD. Er wurde der jüngste Landtagsabgeordnete im radenburgischen Landtag. Er ist auch auf den Wahlplakaten der SPD zur Kommunal- und Europawahl zu sehen. Sie haben ihn vielleicht auch in Schwedt oder in der Umgebung gesehen. Auch in der DDR gab es schon eine rechtsradikale Szene. Darüber wurde nicht gesprochen. Die wurde sicherlich auch überwacht von der Staatssicherheit und so weiter. Aber es gab eine ziemlich rechtsradikale Szene. Also nationalistisch radikale Szene. Und mit einer Wende, wo jeder alles sagen durfte, jeder konnte alles machen, jeder konnte hinreisen, wo er wollte. Wir hatten 30, 40 Prozent Arbeitslosigkeit und die Jugendarbeitslosigkeit war noch viel krasser als die 30, 40 Prozent, weil mit einmal alle Betriebe Leute entlassen haben. Und was machen Betriebe, die Leute entlassen? Bilden die noch aus? Ja oder nein? Nicht. Also haben unglaublich viele Schulabgänge. Es gab ja noch die geburtenstarken Jahrgänge. Unglaublich viele Schulabgänge kamen von der Schule runter und kein Betrieb. Alle Betriebe machten mit einmal dicht. Ich hörte Tarsand, ihr seid im Moment auch zeitweise hier drüben mit Räumen angemietet, ne? Hier nebenan. Nicht schön, weil, schön für die Schule, weil viele Schüler sich an die Schule wollen, aber nicht schön, weil die Räume fehlen. In den Räumen, wo ihr seid, ja, gab es, war eine Schuhfabrik. Da haben mehrere hundert Frauen gearbeitet und Schuhe genäht. Übrigens für den Export, also Salamanderschuhe, hier sind die Dinger früher. Den Betrieb gibt es auch nicht mehr. Also die Betriebe haben alle keine, keine, keine Leute mehr eingestellt und deshalb haben Schülerinnen und Schüler auch gar keine Lehre bekommen. Es hat keiner mehr ausgebildet. Es ist alles, alles zusammengebrochen. Das hat man natürlich am Anfang in der Euphorie nicht gedacht oder nicht gesehen. Und viele junge Leute sind dann völlig abgerutscht. Also haben tatsächlich Erfahrungen mit Drogen gemacht, haben sich ausprobiert, haben keinen Bock mehr gehabt, haben wechten Rattenfängern zugehört. Und der Rechtsradikalismus zur Wendezeit und den wir in den 90er Jahren hatten, hatte ein anderes Bild als heute. Wir haben mit den Langschwestern gesprochen. Susanne und Juliane Lang haben in ihrer Schulzeit die Zeit der Wende erlebt und auch die Auswirkungen der Wende auf die Politik mitbekommen. Sie haben bei der Aktion Noteingang mitgewirkt, wo sich die Opfer von den rechten Gruppierungen in den öffentlichen Gebäuden verstecken konnten. Heute arbeitet Susanne in der Bundesgeschäftsstelle der Linken und leitet den Bereich Digitalisierung. Ich finde, man könnte auch Hip-Hopper werden, man muss nicht Nazi werden. Also man kann viele Sachen machen, wenn man eine Gemeinschaft sucht. Man kann auch in einen Schachklub gehen. Also es gibt viele tolle Sachen, die man machen kann. Aber Boxverein, also kann man jetzt noch mehr aufzählen, was man alles machen kann. Und dass die Eltern Probleme haben und die Kinder auf sich allein gestellt sind, und das bestimmt führte dazu, dass sie für die Kinder nicht einfacher ist, glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum man Nazi wird. Also es gab auch so Thesen, dass die Ostdeutschen so viele Nazis werden, weil sie im Kindergarten alle zugleich auf dem Topf gesessen haben. Also es gibt alle möglichen Thesen, warum Leute denken, dass Leute Nazis werden, aber ich glaube es einfach nicht. Aber eine Gemengelage von, die Eltern haben weg ihren Zeilen, und bestätig hört man Sachen von den Eltern, und die Gesamtsituation, die wir schon vorhin beschrieben haben, da kommt halt viel zusammen. Und dann ist natürlich immer die Frage, Ursache, Wirkung, wo unten passiert was. Also ich glaube, die meisten sind Nazis geworden, weil du dann mehr, also einfach mehr Macht hattest, ja. Weil du halt zu denen gehört hast, die anderen eins reingehauen haben, und die nicht eins reingehauen bekommen haben. Ganz einfach. Also so eh gerne wissen, wie Mobbing funktioniert. Oder? Gibt es das überhaupt nicht? Also wahrscheinlich in eurer Klasse nicht, aber ihr habt es schon mal von gehört, wie sowas funktioniert. Stimmt, haben wir gesehen. Genau, aber so in der gleichen Logik ist es ja schon. Du hast halt immer die Leute, die bei den Leuten, die mobben, die halt da eher die Nähe zu denen suchen, und halt lieber bei der Gang dabei sein wollen, und dann hast du die Leute aufs Maul kriegen. Zuletzt haben wir mit Christina Nickel gesprochen, welche in den Baseballschlägerjahren politisch sehr engagiert war. So hat sie in mehreren Gruppen und Bänden gearbeitet. Sie hat die Ortsgruppe des unabhängigen Frauenverbandes Schwedt mitbegründet und hat im Schweder Bündnis gegen Rechts mitgewirkt. Sie war auch 1989 Wahlhelferin in Schwedt-Oder bei der ersten freien Wahl und beschrieb die Situation als äußerst spannend. Die Leute nehmen bestimmte Sachen einfach nicht wahr. Die haben ihre Arbeit, die haben ihren Freundeskreis, wenn der dann da außerhalb ist, und dann haben sie ihren Garten und dann ist gut. Und die kriegen nicht mit, dass wir seit mindestens anderthalb Jahren immer diese komischen, wie heißen die, Reichsbürger beim Aral stehen. Jeden Sonntag um elf. Wissen so viele Schwedt, da wissen das ja nicht. Wo ich immer denke, aus welchem Jahrhundert, unter welchem Stein sind die vorgekrochen. Aber seit über einem Jahr, jeden Sonntag um elf, stehen die da mit ihren Fahnen und sagen, die wollen ihren Kaiser wiederhaben oder ihre Kaiserin, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass manche das nicht wahrgenommen haben, weil sie sich dafür nicht interessieren und weil sie sagen, ach los, das geht mich nichts an, wollen sie machen. So wie jetzt sich viele nicht dafür interessieren. Ich kriege immer einen Schreck, wenn ich dann plötzlich mitkriege, ich bin Montagabend unterwegs und kriege einen Schreck, wenn ich dann plötzlich diese Trommeln höre. Das ist wirklich fürchterlich. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Das sind aber diese paar Prozente, die man erdolden muss in der Gesellschaft, die halt da sind. Und manche nehmen es halt auch sowas nicht wahr. Die sagen, was sowas gibt es? Die Leute nehmen das nicht wahr. Also viele, muss man auch nicht. Man muss nur aufpassen, dass man nicht plötzlich wach wird. Und dann ist es zu spät. Also immer Nachrichten auch im Netz, schön hinterfragen. Quellen sind wichtig. Nicht gefühltes Wissen bei Wissenschaft finde ich ja auch toll. Jeder ist jetzt Wissenschaftler, denkt sich irgendwas aus, was geht. Das war Teil 3 von unserem Podcast. Am Mikrofon waren David und Erik. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. In dieser Folge haben wir die dunklen Motive rechtsextremer Gewalttäter in den 90er Jahren geleuchtet und konnten euch einen Einblick in diese doch wichtige Thematik geben. Bleibt gespannt auf die folgenden Episoden, in denen wir weitere Aspekte der Vergangenheit aufdecken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.